Ey, Horch im Ball! Bambas checkt die Lage. Der unzensierte Wochenrückblick. Laut, hart, triggert schnell. Immer freitags und nur bei StarFM. Servus, Le. Horch, ey, das ist ja abgefahrene Scheiße, Alter. Hast du schon gehört? Jetzt sind in der U-Bahn falsche Fahrkartenkontrolleure unterwegs, der die Schwarzfahrer abzogen. Ich brech's am. In der führerlosen U-Bahn falsche Kontrolleure. Ey, das wird immer unpersönlicher mit den Öffis. Ne, das sag ich euch. Ich mein, jetzt mal ehrlich, die echten Kontrolleure können doch jetzt einpacken, ne? Die nimmt doch keiner mehr ernst, Alter. Die können sich jetzt auch sparen, oder? Ich mein, nein, nach so einer Aktion, Alter, das ist doch, da haben wir eine führerlose U-Bahn ohne Kontrolle. Geil, Alter. Und wenn im Januar die nächste Vorpreiserhöhung kommt, ne, und kann er sich mehr die öffentlichen Verkehrsmittel leisten, dann gibt's die fahrgastlose U-Bahn auch noch. Ey, super, Alter. Eine fahrgastlose U-Bahn, völlig führerlos, aber dafür mit Kontrollverlust. Kann er fährt mehr, bloß nur die Waggons rum, bin rum wie blöd, ne. Das ist dann kein U-Bahn mehr, sondern ein Geister-Bahn, weißt du schon? Wobei, ein Geister-Bahn ist manchmal sowieso schon, ne. Wenn's da mal nachts mit der letzten U-Bahn gefahren bist, dann weißt du, was ich mein. Alter. Da hocken's drin, die Gestalten. Du leck mich am Arsch, weißt du schon? Mit der vollbrunsten Jogginghose, ne. Vom Allerfeinsten. Du schrickst vielleicht, du Hörsch. Das ist besser weh am Volksfest. Nix mehr vor, vor wegen, weißt du schon? Bitte zurücktreten, ne. Und so. Piep, piep, piep. Ne, keiner ist mehr da, weißt du schon. Bloß noch blödleere, zusammengesoffene Zombies, Alter. Erlebnisorientiertes U-Bahnfahren ist das. Das letzte Abenteuer unserer Zeit, weißt du schon? Wenn's Glück hast, kommst du vielleicht sogar noch in eine ordentliche Bahnsteigschlächerei, ne. Das kannst du ja dann auf dem Video vor der Überwachungskamera anschauen. Wenn's das überlebt hast, ne, natürlich. Ey, das ist doch geil, oder? Die totale Großstadt-Action. Ich mein, so gesehen ist das mit der Vorpreiserhöhung ja dann gar nicht so schlimm, ne. Ich mein, was du da alles geboten kriegst, ne. Führerlos, Kontrolllos, ne. Völlig außer Kontrolle, ne. Optimal, Alter. Weißt du, so ein richtiges Adventure kostet halt ein wenig was, ne. Haut euch ne, Alter, der Bambas. Führerlos, Kontrolllos, Alter. Was geht denn? Bambas checkt die Lage. Der unzensierte Wochenrückblick. Jeden Freitag. Und nur bei StarFM. Maximum Rock. Check it out.